Einen wunderschönen guten Tag. Ja, die ist Suse Nied, Love & Life Beraterin und Glücklich Macherin. Heute möchte ich was sagen zum Thema, nie mehr lügen, radikale Ehrlichkeit. Erfunden hat die radikale Ehrlichkeit, hat auch ein Buch darüber geschrieben, der Brad Blanton, das ist ein Amerikaner und der macht eine Therapie und der hat es ja, also als Therapieform bietet er es an und der sagt, man soll immer sagen, was man denkt und wenn man sich mal so ans Hinterteil packen möchte und da kratzt, dann sollte man es auch tun. Man sollte auch seinem Chef mal sagen, dass man ihn für eine Vollpfeife hält. Das kann natürlich ziemlich Konsequenzen haben, wenn man das im Privaten macht, bei Partnern, Freunden, Verwandten und sonst wie. Die gucken ganz schön blöd. Ich habe das irgendwie total interessant und spannend gefunden und einen Selbstversuch gemacht. Der hat eine Woche gedauert und da habe ich das so gesagt, wie es mir auf der Zunge lag. Ich muss sagen, es hat nicht immer nur freudige Reaktionen hervorgerufen, aber ich fühlte mich verdammt gut und ganz ehrlich super befreit. Also ich würde es jedem anraten, radikale Ehrlichkeit heißt nicht, jemanden auf Teufel komm raus zu beleidigen. Das nicht, aber mal zu sagen, wie es einem geht und was einem bei anderen schon lange auf den Wecker ging, das tut wirklich gut. Und macht es, wer nicht weiterkommt, ich mache da Webinare zu und helfe da auch gerne sonst weiter, weil ich finde, es sollte jeder mal machen. Und man sammelt jede Menge interessante Erfahrungen und wie gesagt, man befreit sich dabei. Das ist immer gut. Bis dann. Tschüss.